So, stärkster bist du stärkster. Sagoku kehrt nach dem Sieg über Freeza zur Erde zurück. Doch die schockierende Wahrheit bestätigt sich. Freeza hat einen älteren Bruder, der nun auf dem Weg zur Erde ist. Hat Sagoku eine Chance gegen einen extrem gewaltigen Gegner, der selbst Freeza noch übertrifft, zu bestehen? Das und vieles mehr erfahrt ihr in dieser Folge. Okay. mit so genau cooler haben oder ich möchte jetzt mal das cooler so kennen wird ich meine eigentlich hat freezer das ja sogar ein brody film so ein bisschen angeteast was er ja eigentlich auch so ein partner bräuchte wird er nicht immer alleine wäre und was wäre der geile als cooler selber vor cooler würde kennen würden das wäre so geil aber die cooler form ist aber auch heftig nein ihr macht absolut kein der mensch mehr nicht ja 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 spaß mit goku zu kämpfen oha wahrscheinlich kommt er nicht mehr naja hat die supernova machen müssen ne da kommt garantiert nicht mehr ok minute Vielen Dank.